Ihnen würde ein Urlaub guttun. Was soll das? Ich veranlasse Ihre Suspendierung. Einen Moment, ich bin ein guter Chirurg. Ich denke in erster Linie an die Patienten. Dr. Ben Cahill war auf der Suche nach einer zweiten Chance. Man hat etwas gegen die Leute vom Festland. Das habe ich schon gemerkt. Nach einem Ort, um von vorn anzufangen. Setzen Sie sich und trinken Sie was. Ich trinke nicht. Sie haben sich den falschen Ort ausgesucht, um trocken zu werden, Mister. Auf Ors Island lauert etwas unter der Oberfläche. Sie könnten mir gleich mal Ihr Expertenwissen zur Verfügung stellen. Ist jemand krank? Jemand ist tot. Na, was meinen Sie, Doc? Werden solche Wunden von Krabben verursacht? Irgendwas ist nicht in Ordnung. Wijnald hat uns erzählt, Sie hätten Schwierigkeiten mit Ungeziefer. Vielleicht sollten wir uns das mal ansehen. Wie schlimm ist die Kakerlaken-Plage? Sie denken, ich packe Kakerlaken in Ihren Kühlschrank? Ja, genau das denke ich. Unsere Schwierigkeiten sind größer, als ich dachte. Warum? Es sieht fast so aus, als wären die Tiere von innen aufgefressen worden. Sie lähmen Ihre Beute mit einem Biss, damit Sie Ihre Eier im Wirtskörper ablegen können. Na, das wird ja immer besser. Das war Clementine, unsere Lieblingsspinne. Und waren Sie schon mal verheiratet? Nein! Wissenадцapisch, Wissen! Ja, das wird schon allen aber sicher gesessen. Wissen! Vielen Dank.